es kann losgehen und wir exzellentes zweikampfverhalten sie sehen sich jetzt diesem frühen pressing gegenüber kann er was draus machen da schießt er da ist er klasse rangekommen da war er zur stelle hingehechtet hat genau den richtigen zeitpunkt erwischt die versuchen der treffer lag in der luft der kann gerade noch klären ja könnte was werden und den ball hält er problemlos jetzt gefährlich er versucht nicht drehen klasse von torwart kurz kommt jetzt die flanke rein jetzt vorbei der schieße da ist er klasse rangekommen ja da war er zur stelle sehr gut hingehechtet jetzt ist gefährlich er versucht nicht drehen klasse vom torwart